Freunde, was geht ab? Bevor das Video startet, nochmal eine kleine Sache und zwar, erstmal vielen Dank für den ganzen Support aktuell, sei es auf Twitch, auf YouTube, die RP-Videos kommen extrem gut an, so wie die Streams, macht auch mega Bock, denn die werden wir auf jeden Fall weiterhin hochladen. Wir haben gesehen, in der Statistik gucken immer noch viele Schlingeln von euch die Streams, die Videos ohne ein Abo dazulassen, das wäre korrekt, wenn ihr ein Abo dalässt, liken, kommentieren, wisst ihr ja den ganzen Spaß, wie das abläuft, würde ich mich drüber freuen. Ab nächste Woche gibt es auch FIFA, wir werden aber trotzdem RP weiterhin bringen, also RP und FIFA im Switch, entweder Double Upload oder jeden Tag eins, schauen wir mal. Auf jeden Fall eine geile Zeit, ich habe Bock, vielen Dank für den Support und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, aber jetzt kann nicht jeder mitkommen, hier sind noch viele Plätze. Wer ist noch drin? Ja, haben wir nicht eben gesagt, wir vier fliegen, wer ist denn jetzt alles hier drin? Ich weiß nicht, wer war... Ich... Wer wollte denn mitfliegen, wie tot Attila, ich weiß nicht. Nein, nein, lass Frank fliegen, ich steig jetzt hinten ein. Frank fliegst du, du kannst gut fliegen. Ja, Serp kann auch fliegen, oder ich weiß nicht, wer kommt jetzt mit? Ich weiß nicht. Ja, Serp kann nicht fliegen. Mujo? Wir, wir vier jetzt einfach. Frag mal, Frank, ich glaube, kann gut fliegen. Waffen werden schon drei Millionen einfliegen. Und ja, und du hast so gesagt, du hast keine Waffen mehr dabei, außer deine. Ich? Ja, Attila hat mir sie eben zurückgegeben. Ey, Vito, Vito. Was ist denn zu, Verlag? Vito, ist er da? Äh, wahrscheinlich. Vito. Ey, OTGs, wo seid ihr eben, ah? Vito ist vorig. Wir haben Ultra abgelehnt. Wir fliegen ganz kurz die Koks- und Mev-Route, wir checken einfach, wer da ist. Also, wenn ich spreche, dann müsst ihr ruhig sein, okay? Oh, oh, ist ja cool, du bist ja wichtig. Ja, sorry, Mann, ich bin nicht so krass, aber alles klar. Ja, ich bin halt einfach... Willst du OG werden, oder was? Dann werden wir alle wieder Member? Ich weiß nicht. Ja, ich wollte den Freund schon stürzen, aber er hat sie. Ja, ja, von ihm wolltest du stürzen? Wann wolltest du nicht stürzen, als im PD saß, oder was? Du wirst noch nicht mal... Ey, boah, hast du grad fast mitgeschlagen. Hau ab, war alles kaputt jetzt hier. Das gehört uns. Hier macht's keiner mehr drogen. Scheiß Kriminellen. Das gehört auch dir, Mann. Ja, ich war's. Du erbst das auch später? Ich erb gar nichts. Seien Sie, was ich erb's in graue Haare und Nerven aus der Seite. Ich glaube, von hier willst du auch nichts mit erben, Mann. Nee. Ich auch. Was ist? Egal, bleib drin, wir gehen noch kurz zu Koks. Nee, Sepp wollte da drin alles kaputt schlagen. Ich hab aber gesagt, der da auch ansteigt. Ach, schmoll, der Frank ist außer Rand und Band gewesen. Ich muss ihn zurückhalten und bändigen. Ich hab gesagt, irgendwann erbt er das aus. Vielleicht, verstehst du das? Oh, Jungs, ich weiß, was wir machen können. Oh, nein. Wir sind doch jetzt bei Koks. Bei Koks sind doch die Yakuza's, oder nicht? Ja. Ja, dann sagen wir mal Hallo, Zifix. Geh mit dem Obi-Wan Kenobi, ja, freilich. Ja, weil ich verkauf war's. Der Obi-Wan Kenobi wird nicht da sein. Ja, aber irgendwer wird's ja da sein. Nee. Ich weiß nicht, weil unwahrscheinlich, weißt du warum? Wahrscheinlich. Aber meinst du? Ja, wenn nicht da ist, ist da niemand da. Ich war dort schon ein paar Mal, und beim Verkauf bin ich so ein paar Mal drüber geflogen, aber da war niemand da. Einer soll kurz hier draußen warten. Ihr könnt nicht ausgehen. Wir waren abgesperrt, das glaube ich. Dann mach's mal auf. Hä? Fulltapfen. Ich flieg zurück. Oh, nein. Nein. Nein, warum? Aber wieso denn? Ja, einer muss es... Bruder, aber wieso? Ja, einer muss es ja machen, ja? Oh, mein Gott. Jetzt gibt's Laufstunden mit Sepp Meier. Oh, mein Gott. Ich liebe dich. Ey, an alle Platz. Ihr wollt nur mal durchfunken. Falls ihr was von uns in 5-10 Minuten nicht mehr hört, dann kann's sein, ich flieg jetzt mit dem Heli. Es kann sein, dass wir eventuell alle im Krankenhaus aufwachen. Ihr wollt's nur mal gesagt, dass ihr Bescheid wisst. Ah, hab euch lieb. Ich lieb euch, meine Jungs. Ich lieb euch. Ey, Sepp, wenn, wenn, äh, wenn, äh, Mujo de Pilots ist, dann rest in Peace, Hermann, oder? Na, na, ich flieg, ich flieg, ich flieg. Ich könnt's mir ein bisschen den Weg erklären, wo ich schon fliegen muss. Ich flieg mal in die Hood, Kim, flieg mal in die Hood. Hab irgendjemand verstanden, was von Vito gesagt hat? Na, der lauert sogar. Okay, okay, das ist sehr gut. Sehr gut, oh mein Gott, seid ihr geil. Ich schwör, ich hab abgeschaltet. Ich auch komplett, es ging zu lange. Jungs, kurze Frage, wo ist sie in Richtung Hood? Keiner hat was verstanden. So, Hood, geh da, wo die roten Punkte sind. Der Arme. Ja, stimmt, stimmt. Einfach da, wo die roten Punkte sind. Äh, ganz kurz, Jungs, ich muss hier auf dem Berg landen. Ich konnt das. Juhu, das hört sich jetzt zu, für F***, ey, Sepp. Ich konnt hier net in der Hood landen. Ich muss hier auf dem Berg landen und da muss einer von euch das machen. Ich konnt das net. Ja, das kann ich machen. Auf dem Berg landen. Wie mach ich das jetzt? Ja, er kann nicht in der Hood landen. Wir rollen mit dem Heli so den Berg runter. Was auch, was du machst, ist, du drückst den S-Mustel. Ey, warum denn Gas geben? Der hat doch gesagt S-Muskel. Ich hab S gedrückt. S zum Landen. Der hat doch gesagt S zum Landen. Warum soll ich den Gas geben? Hä, das macht aber keinen Sinn. Ich dachte, der bremst ab, du senkst und dann kannst du halt einfach landen so. Ja, servus, OG. Was machst du hier? Ja, ja, ich soll dich ab. Ich habe ein Bild da im Kopf, als ob Mujo wieder, ich mit Mujo in den Helikopter gestiegen bin und dann weiß ich nicht, was passiert ist, Mann. Ich erinnere mich nur, dass ich mit meinem Fieb 10 Melee war, Mann. Boah, danke. Ich weiß nur, sind wir nicht an den Helikopter gestiegen in der Strecke bei uns? Nein, ich glaube, ich war gerade noch gar nicht mit dir unterwegs. Wohin vor einer Stunde oder so. Okay, ja, klar. Ich will bestimmt wieder irgendwo Fox machen und irgendwas nicht, wo ich war. Ja, ja, den Klassiker wieder am PD, sagst du. Du, Mann, äh. Den wolltet ihr abholen? Ja, Jungs. Es muss, geles muss, geles. Ja, scheiße. Irgendeiner hat doch gesagt, kann uns einer bei Heroin abholen. Irgendeiner. Was für Heroin, Mann. Und wir zwei müssen bei 783, Jakob. So, wo müssen wir hinfliegen? Erstmal in die Hut, ich glaube, wir haben gleich Sonde. In die Hut? Wir haben Sonde. Oh, stimmt. Ja, ja, ja. Das kann kurz ein bisschen knallen. Ein bisschen rumzen. Das ist halt noch gut, das Haus. Äh, Maze Bank. Wir haben noch 10 Minuten. Achso, wir wollen Feuer springen, okay. Ja, ja, ja. Lass direkt, äh. Wo ist das? Wo ist das? Da oben, das größte Haus da, Bro. Das ist direkt vor uns, oder was? Der hinten, wo der Kran ist? Nee, nee, rechts daneben, das größte. Ach, das ist der. Ja, vielleicht. Wo soll ich jetzt landen? Hier lande ich jetzt, guck mal. Soll ich hier landen? Jungs, pssst, soll ich hier landen? Ja, oben drauf auf die Luft muss er landen. Ja, okay. Auf der Elf. Mund halten. Niemand springt aus, das Ding ist zu. Wenn wir sterben, sterben alle. Nö, wenn was ist, man... Pssst. Die Fläche ist so groß, wie ihr schockt es nicht. Wahrscheinlich so groß. Oh, er hat's geleert, er hat's geleert, er hat's geleert. Nach rechts ein bisschen, nach rechts steuern. Genau, genau, genau. Mund halten. Mund halten. Nein, ich bin stolz, ich bin stolz. Oh mein Gott. 1A-Pilot, die hat's 1A-Pilot. Mach das gleiche oben. Mach das gleiche oben, weil du hast jetzt auch gelernt, wie man gegensteuert. Ja, klapp. Nun, das Problem ist, wir sind nicht auf Macebank, ja? Ja, das ist auch das Problem, wir sind ziemlich tief hier. Wie soll ich denn um landen mit der Heli-Schwieg? Nein, 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 nein. Hä, das seid ihr blöd, da wollen wir doch gar nicht sprechen. Wann kommt es schon vertraue. Ja, die müssen doch den Heli wegmachen oder nicht. Da kannst du keine Heli wegmachen. Ich muss neben dem Heli parken. Ja, musst du. Ja, ja, das gibt es ja Pertschneid. Jungs, alle im Umkreis von der Parkplatzfläche 500 Meter Abstand halten. Wie soll ich denn jetzt parken? Musst du einfach landen, wie gerade. Da nebendran. Ja. Sollst du das ganz sicher? Ja. Ob das funktioniert? Okay, dann fliegen musst du kurz wieder wegfliegen. Du kannst doch grad gegensteuern und so. Ja, Mund halten, bitte. Oh. Oh. Probier, rennt. Hast du gesehen? Hast du Angst? Hast du Angst? Wer fliegt? Selbst. Pablito. 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 Ey. Pablito. Pablito. Ich liebe dich. Pablito. Ich liebe dich auch, verdammte Sassy. Guck jetzt. Aber es war schön, mit euch gekannt zu haben, Amigos. Es wird so nicht klappen. Guck mal, wie er in die Hütte reingeht. Guck mal, wie er in die Hütte reingeht. Guck. Ist ja irgendwann komplett in der Hütte drin. Ich glaub, der nimmt den Heli. Oh. Jesus Maria. Jesus Maria. Jesus Maria. Jesus Maria. Was macht denn der jetzt? Wir haben Angst vor dir. Wir haben Angst vor dir. Er macht Platz für dich. Wir haben Angst vor dir, Mann. So in 10 Minuten ist Sonnenwende. Ich suche es bei dir. Ey, sollen wir gleich hier bleiben? Pssst. Es ist zu schwer. So ist gar nicht schwer. Pass auf, ich gebe den Tipp. Versuch nur mit den Steuerungen recht zu steuern. Nur recht zu steuern. Oh. Ich habe ein ganz furchtes Gefühl, dass das nicht funktioniert. Kannst du das für Heli aufmachen? Ich habe keinen Fall. Versuchen. Nein, nein, nein. Wollen wir rausspringen? Sie können das nicht. Nein, das ist jetzt eine Aufgabe, Mann. Du musst es schaffen. Du musst es schaffen. Der ist doch weg von der Plattform. Seist du das. Scheiße. Lande auf ihn. Lande einfach. Wenn er provoziert, lande. Weißt du? Genau. Langsam, langsam. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So geil. Oh, 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 oh. Pssst, jetzt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Du hast es schon achtmal, Zepp. Ja, wahrscheinlich was du. Er will sowas schaffen, aber. Er schafft es, er schafft es. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Oh mein Gott, auch noch viel. Oh mein Gott, verdammt ist das. Wir leben, verdammt. Was ein Profi-Pilot bist du. Ach, oder? Oder? Das sind nämlich die Platz, die können das. Verdammte Scheiße, man. Zepp hat's gemacht. Er ist doch gar kein Problem für Zeppel.